So, direkt geht's auch weiter zur nächsten Folge. Wir sind hier immer noch im Multiplayer wieder, tun auch direkt joinen und es war auch keiner da. Das hat natürlich einen kleinen Vorteil, wir können nämlich schlafen gehen, aber ich werde die Nacht einfach durchlaufen, denn wir suchen immer noch eine geeignete Basis für unsere Stadt, weil ich ja von Grün sozusagen jetzt abgetreten bin, habe mein Mandat als König abgegeben, das heißt sie sind jetzt komplett selber auf sich gestellt und ich kann sozusagen meine eigene kleine Stadt gründen, die einerseits auf Forschung bzw. auf Verteidigung und Automatisierung besteht, denn Kampf allein bringt nichts, denn der Fortschritt bzw. das präzise Arbeiten und die Vorbereitung ist meist das A und O, weil einfach nur mit Scale-Rüstung und einem Schwert loszuziehen bewegt, auch bei einem wie mir da nichts, weil der hat dann leichte Probleme, wenn Tränke doch in Einsatz sind und irgendwelche geheimen Fallen oder geheimen Zusatzantagen, die ich doch immer noch bewinden kann. So, mal den ausschalten, sonst habe ich gleich hier sowas wie in das im Momentar oder hier solche komischen Glotzbäume hier. Ich habe doch, ich hätte mal einen Rucksack hier mal noch freilassen sollen, obwohl, einfach zupacken hier, was soll's. So, die Cobblestons lasse ich mal doch voll selber drinnen. So, jetzt hätten wir auch schlafen können, oder? So. Oh, was ist das denn hier? Ah, das ist hier so ein, ähm, hier so ein Teil, wo diese, hier, wie heißen die Mimics drin sind. Genau. Und diese komischen Rüstungen, da gehen wir jetzt aber nicht rein. Ich muss nämlich weiterlaufen, einfach Sweathead in diese Richtung. Dass ich halt erstmal, weiß nicht, ein Dschungel oder so verstehen, wäre doch schon geil. Ein Dschungel wäre auf jeden Fall prima, denn das sind meist hohe Punkte, wo wir uns verteidigen können. Aber erstmal weiterlaufen. Weiterlaufen, wie das duftet. Oh, was kommt da vorne? Da, glaube ich, vorne ist eine Schlucht. Links ist, äh, ein Tower. Vielleicht kann man jetzt halt ein bisschen was trinken. Die Monster kommen sowieso gerade nicht in der... Oh, da vorne ist noch ein Dorf, geil. Wieder ausplündern. Boah, genau vorne uns. Geil. Direkt mit einsammeln. So, hier ist keine Schmiede, ne? Schon wieder nicht. Jetzt bauen die keine Schmieden mehr oder so bei. Weil hier oben gibt es ja auch nichts drin, oder? Guten Tag. Ne, in dem Modpack gibt es keine bei. Es gibt ja auch, ähm, das vom Vieh-Gebis. Da gibt es ja immer so ein paar Sachen drin, ne? Aber hier ist ja auch nichts. Egal, weiterlaufen. Nach und kommen, die lassen wir jetzt mal hier. Als Stopp, wir müssen ein paar Kakteen mitnehmen. Kakteen brauche ich immer. Hi, Zombie. Fünf Schaden, alles klar. Wisst ihr, was? Ah, wo ist der Fuchs hin? Er hat schon Angst gehabt. What did a fox say? Ah, ich liebe das. Pilze. Pilze, Pilze, Pilze. Auch wenn es rote sind, die brauchen wir. Braune Pilze brauche ich auf jeden Fall sowieso mehr. Da vorne sehe ich ein paar Beerenbüsche. Links ist ein komisches Sumpfgebiet. Da gehen wir jetzt nicht rein. Na, leckt ein bisschen, aber egal. Die Spinner geht auch drauf, genau wie das Skelett. Wo sind wir denn hier? Jubility an, genau. Die Jubility geht eigentlich runter. 37. Ah, leider geht es runter. 2. Oh, das ist natürlich ein bisschen blöd. Wir nehmen auch noch ein paar mit. Da ist ein Vulkan, sehe ich. Oder diese rote, das Zeug. Aber das ist auch nicht so mein Gebiet. Nein. Zack, 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 zack. Einfach durch. Weiter geht es. Er ist auch nicht mehr ganz so der jüngste. Sehe ich gerade hier, aber da werden wir schon mit klarkommen. Ausschau von Hexical Diamonds kann man immer machen. Weiß ich lass mal einen Platz frei, falls irgendwelchen Schrott im environmental landet. Ist das eigentlich zu laut? Ne, das ist eigentlich die leichteste Einstellung. Da vorne sind Magic Seeds. Kann ich aber leider nicht ansammeln. Nächstes Dorf. Ach ne, so weit. Einzelthäuser. Schneebium. Dafür bekannt. Darunter sind meist irgendwelche komischen Höhlen. Links war was. Meine Güte. Was willst du von mir? Pilze. Pilze, 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 Pilze. Baucreeper. Verschwinde einfach. Tschüss, Pilze. Da lass mich gar nicht dresen. Darauf einsort. Dritte Bärensorte. Und da vorne hat auch was geleuchtet. Leck, 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 leck. Das ist natürlich nicht geil. Ach, das sind diese gefährlichen Brunnen. Nein, nicht ein Haarbringer. Alter, wer hat die Dinger eigentlich eingeschaltet? Wenn man die nicht unter Kontrolle hat, geht man voll drauf. So. Oh, das ist Seelenalter. Da lenkt er mit ein, nehme ich ab. Ein Seelencreeper. Wo ist er? Nein. Puh. Da müssen wir aufpassen. Die sind verdammt gefährlich. Die sind etwas stark. Aber man kommt gegen die Suppe an. Gott sei Dank, dass der jetzt weg ist. Wir gehen mal weiter ins Grüne rein. Damit wir... Ah, das ist nun mal... Ich will einen Dschungel haben. Einen fetten, geilen Dschungel. Zumindest, wo ich mich einbauen kann. Weil Dschungel sind meistens begann, sich ordentlich da reinzutarnen. Weil mit Büschen und sowas kann man sich wirklich da... Farmbios da hinten rein verstecken. Geil. Geil, 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 geil. Da ist ein Dschungel. Da ist auch genug was drinnen, ne? Um jetzt die Chance da zu nehmen. Da ist nämlich der Battle Tower. So, der Battle Tower. Der hätte uns eigentlich eine Chance geben. Da ist noch eine Festung. Da hinten ist noch eine Festung. Wir bauen uns hier vorne irgendwo ein. Weil solche Dinger sind immer geil. Eine Slime-Insel, genau drüber. Verrät uns natürlich auch unseren Standpunkt. Na ja, gehen wir mal weiter. So. Wir können noch ein Stück hier noch hingehen. Da ist ein Creeper. Da unten habe ich doch Lava gesehen. Oh, warte mal. Was ist denn da? Achso, so welche Erd... Ja, das ist natürlich auch geil. Was ist denn da vorne wieder?